Musik Der große Vorteil des ITEM-Systems D30, das wir hier nutzen, ist einfach die große Flexibilität. Wir brauchen eine geringe Anzahl an Grundverbindern. Das größte Potenzial, das wir nutzen, ist einfach das Hirn der Teilnehmer und zusammen mit den Produkten von ITEM werden wir hier die sehr kreativen Lösungen erarbeitet. Musik Im Rahmen der Simulation hier in unserer Lehrfabrik am Standort Herr Rieden stellen unsere Teilnehmer ein Klemmbrett her mit Taschenrechner, Stoppuhr, mit entsprechenden Aufdruck hinten drauf und jeder Teilnehmer hat hier im Rahmen der Simulation eine Aufgabe, die sich allerdings dann im Laufe des Seminars noch entsprechend ändern kann. Musik Die Zielvorgabe, die die Teilnehmer haben, ist einfach nur den vorgegebenen Kundentakt für die Produktion des Klemmbritts einzuhalten. Mit welcher Mitarbeiteranzahl und mit welchen Lösungen, das geben wir nicht vor, sondern das soll immer direkt von den Mitarbeitern, also von den Teilnehmern direkt erarbeitet werden. Musik Wir sind gerade eben im letzten Block des Seminars. Im Vorfeld haben die Teilnehmer innerhalb ihrer drei Arbeitsgruppen drei Teilinseln erstellt. Die sind gestern zusammengeführt worden zu einer fertigen U-Zelle, so dass die ganze Produktion in einer U-Zelle ablaufen kann. Und jetzt im Rahmen von verschiedenen PDCA-Zyklen wird eben noch weiterhin Verschwendung rausgenommen und die Produktionszelle noch weiterhin optimiert. Die weitere Zusammenarbeit stelle ich mir so vor, dass ITEM auch weiterhin unsere Kurse unterstützt, um unsere Teilnehmer hier entsprechend mit fachlichem Know-how zu unterstützen und auch Anregungen mitnehmen von unseren Kursen und diese entsprechend umsetzt, wie man ITEM-Produkte noch weiter einsetzen kann und verbessern kann. ITEM – Ihre Ideen sind es wert.